So, willkommen zurück bei Minecraft Windows 10 Edition. Heute, da weiß ich noch nicht was wir machen. Auf jeden Fall werden wir versuchen da runter zu gehen. In diesen Quarter. Aber ich muss mich hier erstmal ein bisschen ausrüsten. Ich brauche erstmal ein bisschen Stein, um mir das Eisen zu holen. Okay. Ich brauche jetzt erstes mal einige Stücke. Warte, was? Bruchstein? Bruch... Okay. So. Bin ich ein bisschen besser ausgerüstet. Wir... Ähm, ja. Das ist dann der erste Tod. Ja. Das war jetzt eigentlich so nicht geplant. Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Da brauche ich wieder eine Spitzhacke. So, Stein. Einmal ein Steinschwert und eine Steinspitzhacke. So, jetzt nicht drin. Ich sollte mir am besten noch mal ein paar Blöcke holen. So, wie ich da mal ins Eisen reinkomme. Hier ist nämlich sehr viel und Gold sehe ich auch. Ich sehe sehr vieles. So, ich brauche noch mehr Erde. Jetzt ist es. Nein, also ich brauche Computeraus. Man hat nicht Además. Ich brauche hier. Ich brauche hier. Ich brauche hier einen Einzelnen. Ist es hier. Ich brauche hier ein Geruch. Ich brauche hier aber es. Ich brauche hier. Und dann ist es hier. Jetzt ist es hier. Ich brauche hier. Ich brauche hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wird schon wieder dunkel, weiß nicht. Oh. Sorry, ein Skelett höre ich hier. Ja, komm, Alter. Und zwar meine Sachen, aber die sind mir jetzt recht egal. Mir geht es jetzt hier gerade ums Eisen. Ja, ja, zu mich habt ihr schon lange gehört bzw. auch gesehen. Na? Komm schon nicht vom Fleck? Fuck. Ein Schleim. So, ich geh nochmal da hoch. Dann, ich geh dann mal schon das Eisen safen. Nur aufpassen, dass mich das Skelett jetzt nicht holt. Ne. Truhe. So, wo war ich nicht mehr? Ich glaube, ich baue mich dann weiter runter. Da unten ist Redstone, Lapis. Halt. Okay, das sollte ich lieber mit einer Stehnschu... äh... meine... ...Esenpika abbauen. ...Eisen. Gold. So, das hole ich gleich auch noch. ...Esenpika abbauen. ...Esenpika abbauen. So, das hier ist ja noch. Okay. Das war's. Das war's für heute. Oh nein, ein Enderman. Kann ich jetzt gar nicht gebrochen. Das war's für heute. Jetzt muss ich mich hochstecken. Keine andere Wahl. Außer das Eisen, mit dem stecke ich mich nicht hoch. Ich habe ein Steckkobel. Das müsste reichen eigentlich. Ich habe ein Steckkobel. 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 Verarschen. Fick. Alter. Alter. Gute Nacht. Ähm, ja. Das hat nicht so gut funktioniert. Wo bin ich? Das hat nicht gut funktioniert. Ich suche mich jetzt erstmal wieder ein bisschen Holz. Hüt. Hüt. und diese Der ist tot. So, da habe ich noch mehr Holz für Stücke. So, da habe ich noch mehr Holz für Stücke. So, da habe ich noch mehr Holz für Stücke. So, da habe ich noch mehr Holz für Stücke. So, da können wir wieder Holz hier rein. So, da habe ich noch mehr Holz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da war noch ein Eisen, aber das können wir nicht sparen. Wir finden hier nur das Lapis. Und hier noch Kohle. Und dann geht's wieder hoch. Da will es noch nicht sterben. Hier war noch Redstone, sehe ich gerade. Woher ist noch Redstone? So, hier die zwei, die vier, die sechs. Und da ist noch Eisen. Ja, also dann, und auf geht's. Oh nein. Jetzt haben wir ihn mit Kettenrüstung. Ja, stimmt. Hier geht es ja hoch. Los, hoch. Oh, Alter. Oh, Alter. Alles safe. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Minecraft wollt, lasst es gerne mit dem Daumen hoch wissen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und ciao.